zweite nacht vorbei mit weh leiden verlasse ich diesen see vor allem das schon wieder das was ich 31 grad hat und heute sonst noch 38 grad werden im schatten freue ich mich jetzt schon aufs radeln vor allem das nachher wieder bergauf geht das ist eigentlich fast zu warm eigentlich soll ich noch mal eine nacht hier bleiben aber ich muss vorwärts kommen langsam mal deswegen fahren wir los ich bin noch gerade am fertig am aufräumen da seht ihr noch die turnschuhe die habe ich gestern im wasser angehabt die sind jetzt auch frisch ganz frisch kein duft mehr nach käse den rest habe ich schon aufgeräumt das einzige was ich noch wegpacken muss ist der stuhl das mache ich aber erst wenn die stützen unten sind jetzt muss ich noch die kamera festschrauben die taschen sind schon dran aufgeschlossen ist auch schon angekoppelt ist er auch wieder dann geht es jetzt gleich los so den draht habe ich jetzt auch gleich reingemacht sonst vergesse ich es nachher wieder batterie ist randvoll das freut mich natürlich da können wir mal richtig gas geben so in diesem sinne schön ist das leben muss es nur schön machen wenn es auch nur kleinigkeiten sind geht den wald spazieren oder was weiß ich was irgendwas gibt es immer irgendwas was euch spaß macht vor allem wenn ihr schlecht drauf seid macht irgendwas was euch spaß macht wenn es nur zehn minuten sind hilft meistens bis dann abonniere